Ich erfuhr erst sehr spät, was Sex ist. Ich war schon fast zehn. Mein Freund Mark Watkins hatte mir damals erzählt, wie Babys gemacht werden. Wirklich? Bist du sicher? Ja! Danach glaubte ich, Babys würden gemacht, indem zwei Frauen einen Mann ans Bett fesseln und seinen Pimmel mit Eiscreme beschmieren. Aber das war immer deine Lieblingssorte. Tada! Während die meisten jungen Männer die Mädchen entdeckten... Oh, hülle mich in Honig und stille deine süße Lust. John Dixon, der Kerl ist das reinste Sahneschnittchen. ...entdeckte Stephen Carter... Hast du keine eigenen Bälle? ...die Wahrheit über sich selbst. Er sieht so toll aus. Er hat Augen wie Brad Pitt. Ich bin so einer. Leck mich am Arsch. Das heißt, ich meine nicht... Ich meine... Er muss viel lernen. Ich mag dich wahnsinnig gern. Versprochen? Versprochen. Wem man etwas verrät. Wir sind ein Paar. Das glaubst du doch selber nicht. Ich schwör's, mit ihm war ich letztes Wochenende zusammen. Wann man sich versteckt. Wenn du was verrätst, ist das aus. Und wie weit... Wir haben's getan, ganz oft, und er fand's toll. Verscheißern kann ich mich allein. ...er zu gehen bereit ist. Du bist wirklich schwul. Aber ihr müsst ein bisschen diskreter sein, so blöd sind die Leute nämlich nicht. Wenn man nicht so ist wie alle anderen... ...muss man kennenlernen. ...kämpfen können. Was weißt du schon über mein Leben? ...und träumen. Ist doch viel zu riskant. Das ganze Leben ist riskant. ...um das Leben zu führen, das man für sich will. Oh. Hallo, Kevin. Komm doch rein, wenn du willst. Nein, ich... R-E-S-B-E-C-T Find out what it means to me. R-E-S-B-E-C-T Take out T-C-T Get real. Von Mann zu Mann. R-E-S-B-E-C-T ...miss für dich. Oh. Ja. A little bit, little respect, just a little bit. ...